PostIdent durch Foto. In wenigen Schritten zur Identifizierung. Und so einfach funktioniert es. Die Deutsche Post bietet mit PostIdent durch Foto einen leichten und bequemen Weg, sich online schnell und sicher zu identifizieren. Sie können die Identifizierung entweder über einen PC mit Webcam oder alternativ über Ihr Smartphone mittels mobilem Browser oder App durchführen. Bitte halten Sie für die Identifizierung einen Ausweis sowie gegebenenfalls Ihren Führerschein bereit. Machen Sie im ersten Schritt Fotos von Ihrem Ausweis. Achten Sie darauf, dass auch kleine Texte auf den Bildern gut lesbar sind. Damit sichergestellt ist, dass nicht jemand in Ihrem Namen die Identifizierung durchführt, folgt eine kurze Videoaufnahme Ihres Porträts. Nachdem Sie die Aufnahmen abgesendet haben, werden Ihre Daten von Mitarbeitern der Deutschen Post geprüft. Sie werden im Anschluss über den Fortschritt Ihrer Identifizierung informiert. In der PostIdent App können Sie den Status jederzeit einsehen. Wie Sie sehen, ist die Online-Identifizierung mit PostIdent durch Foto in wenigen Minuten erledigt. PostIdent durch Foto – der einfache und schnelle Weg, sich online sicher zu identifizieren. Verifizieren Modifikation Vielen Dank.